und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen wie die heute mal zu einem anderen video und sehr kurzen video nämlich ich werde heute mein intro vorstellen es hat lange gedauert aber jetzt ist endlich fertig und im hintergrund seht ihr schon den youtube-kanal der es mir erstellt er ist ein guter freund von mir nämlich schaut doch bei ihm vorbei er wird sich bestimmt freuen und ja erstmal viel spaß mit dem intro ja es ist auf jeden fall ein anderes intro wie jeder andere macht mit musik sondern nur mit sounds und ich hoffe es hat euch gefallen wenn es gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da und jetzt mache ich erstmal werbung ja und passend zu dem ganzen habe ich mir noch eine steam seite erstellt wenn ihr mal auf dem neuesten bleiben möchtet abonniert sie doch einfach kommt in die gruppe rein ja und viel spaß wenn ihr auch nichts mehr verpassen wollt dann schaut doch am besten auf meiner facebook seite vorbei da werde ich auch mal die videos posten sowie auch random videos mal auch hochladen und alles weitere sowie events und alles mögliche planen also viel spaß auf der seite ja und zu guter letzt wenn er mich als creator als youtuber unterstützen wollt und günstige spiele kaufen wollte dann schaut doch am besten auf kinguin.net vorbei ich habe unten einen link in die beschreibung gepackt ist ein ref link heißt wenn ihr über den spiele kauft dann kriegt ich eine kleine provision wenn ihr mich unterstützen wollt und für euch wird es keinen preisig unterschieden das heißt die spiele kosten nicht dadurch nicht mehr sondern damit unterstützt ihr nur mich noch dazu und ihr kauft euch günstige spiele aufging wie das heißt viel spaß beim shoppen ja das video war es nicht besonders lang aber solltet ihr nur kurz einen einblick bekommen in mein neues intro und meine social media seiten das heißt ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen wir sehen uns wieder beim nächsten mal bis dann ciao und denkt dran schaut bei meinen social media seiten bei bei